Wenn wir das Ding ableiten, kriegen wir raus, F' von X ist gleich, dann muss man überhaupt... Was, ich? Also ableiten? Ja, von dem Ding, einfach ableiten. Na, wäre doch M, also 2M, M und dann mal 2M, X. Dann ist eine interessante, die bleibt weg, und dann hat die Steigung 0, weg. Ach ja, ablenden. Und dieses Ding, abgelitten, 1 von vorne, 1 minus 1 im Exponenten, macht die 2 auf 0, also bleibt nur M, 0. Das oder der Strich ist nichts anderes als die Steigung.